Hey, hier ist René, ich begrüße Sie zu diesem Video und heute möchte ich noch einmal an den Expert Advisor schreiben, der dafür sorgt, dass deine Trades mit einem von dir definierten Trading Stop gemanagt werden. Ganz genau soll es hier um eine Zuschaueranfrage gehen, die unter dem letzten Video hier gepostet wurde, wo ich gezeigt habe, wie man generell auch Indikatoren bei diesem Trading Stop mit einbinden kann. Hier wurde sich explizit oder genau gewünscht, dass man halt nochmal die Magic Nummer und die Einstellung für den Indikator, der hier für den Trading Stop genutzt wird, in den Einstellungen verwalten kann. Und außerdem möchte ich zeigen, wie man das Ganze im Tester laufen lassen kann. Also generell als erstes erstmal relativ simpel, wie man die Sachen als Eingaben definiert. Also was generell Eingaben sind bei Expert Advisor, dann zeige ich nochmal kurz, wenn man sich jetzt hier mal den Trading Stop ER aufruft, dann sieht man hier oben verschiedene Reiter, einmal über und einmal allgemein. Wenn ich jetzt mal eine Eingabe definiere, dann werden wir sehen, dass da noch ein weiterer Reiter hinzukommt. Und so, ich kann zum Beispiel hier eine Input-Variable definieren. Das signalisiert man immer dadurch, dass man hier das Input einfach davor schreibt. Die könnte ich zum Beispiel Magic nennen. Und wenn ich jetzt den Trading Stop ER nochmal aktiviere, dann sieht man hier oben rechts Eingaben. Und hier steht jetzt eben diese Magic-Eingabe. Und ich kann jetzt hier auch den Wert anpassen. Das heißt, es ist jetzt ein Eingabe-Parameter für den Benutzer, also für denjenigen, der diesen ER nutzt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und diese Variable auch im Programmcode benutzen. Zum Beispiel, indem ich hier sage, in der Schleife, wo ich alle Orders durchlaufe, möchte ich jetzt nicht nur prüfen, ob die Order vom aktuellen Symbol ist, sondern ich möchte auch prüfen, ob die Order Magic-Nummer gleich dieser vom User definierten Magic-Nummer ist. Und das wird jetzt dafür sorgen, dass halt nur die Trades mit der Magic-Nummer 1 hier behandelt werden. Das heißt, wenn du einen anderen Expert-Advisor hast, der zum Beispiel die Magic-Nummer 1 hat und damit Trades eröffnet, dann kannst du mit diesem Trading Stop ER in einem anderen Chart logischerweise vom gleichen Symbol unter Angabe der Magic-Nummer dafür sorgen, dass die Trades von diesem ER gemanagt werden. Dabei muss man immer ein bisschen aufpassen. Nicht jeder Expert-Advisor kann damit umgehen, wenn ein anderer Expert-Advisor die Trades von ihm managt und die zum Beispiel einfach mit einem Trading Stop versieht. Aber das ist technisch so auf diese Art und Weise möglich. Wenn du die manuellen Trades managen lassen möchtest, muss immer die Magic-Nummer 0 hinterlegt werden oder du nimmst die Prüfung halt ganz raus, weil die Magic-Nummer 0, das sind immer, oder alle Trades, die du per Hand eröffnest, haben die Magic-Nummer 0. Falls das mit der Magic-Nummer verwirrend für dich ist, das ist eigentlich nichts Kompliziertes, sondern jeder Trade hat einfach eine bestimmte Magic-Nummer. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Kauforder setze, dann hat die hier, weil sie manuell platziert ist, die Magic-Nummer 0. Wenn ich jetzt diese Order aber von dem ER setzen lasse, dann hätte sie dementsprechend die Magic-Nummer, die der ER für diese Order definiert hat. Also es ist einfach nur eine Identifikation, damit man unterscheiden kann, von welchem ER wurde diese Order eröffnet. Okay, und ja, wenn jetzt die Frage aufkommt, wie man jetzt die Einstellung von dem genutzten Indikator, wie zum Beispiel den Supertrend-Indikator, in den Einstellungen definieren kann, das kann man ganz genau auf die gleiche Art und Weise machen, zum Beispiel Supertrend-Periode kann ich hier definieren, oder ich kann sagen Supertrend-Multiplikator, also genau die Sachen, die der Supertrend hier als Eingaben hat, und dann schreibe ich die hier einfach rein, die Namen der Variablen, Trend-Multiplier, und dann werden die hier halt genutzt, indem einfach hier oben die Werte definiert werden können, vom User auch, die dann hier abgerufen werden beim Aufruf des Indikators. Ich habe das jetzt am Beispiel vom Supertrend gemacht, aber genauso würde man es natürlich auch mit einem Moving Average oder jedem anderen Indikator machen. Wenn ich das jetzt nochmal aktiviere, siehst du hier, auch diese Sachen sind hinterlegt, und wenn ich die hier ändere, dann werden sie automatisch so berechnet, wie ich es da hinterlegt habe. Kommen wir jetzt mal zur ganz wichtigen abschließenden Frage, wie man das Ganze im Tester nutzen kann. Das Problem bei diesem EAA ist ja erstmal, wenn ich den hier laufen lasse, passiert natürlich im Tester nichts, weil er immer nur dafür sorgt, dass offene Orders gemanagt werden. Was ich jetzt aber machen kann, ist, ich kann ja einfach im Tester, zum Beispiel in der On-Init-Funktion, also beim Start des Programms, eine Order eröffnen. Das geht über die Order-Send-Funktion. Hier gebe ich an, in welchem Symbol die Order eröffnet werden soll, ob es eine Kauf- oder eine Verkaufsorder sein soll. Ich gebe das Volumen an, was hier natürlich völlig irrelevant ist für diesen EAA. Den Preis, das ist logischerweise der Ask-Preis, wenn ich eine Kauforder, eine Market-Kauforder eröffnen möchte. Die maximal zulässige Slippage, da gebe ich auch mal 100.000 an, weil ich immer möchte, dass das ausgeführt wird. Und ich kann jetzt einen SL angeben und einen TP, was ich jetzt aber mit 0 hier belege. Das heißt, ich möchte das nicht vergeben. Und jetzt kann ich noch einen Kommentar vergeben. Testtrade zum Beispiel ist aber jetzt auch irrelevant für unseren Tester. Und dann hier das, was ich eben angesprochen hatte, die Magic-Nummer. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel die Magic-Nummer 1 mal angeben. Jetzt werde ich auch gleich zeigen, wie sich das Ganze auswirkt. Die Ablaufzeit und den Pfeil werde ich mal nicht einzeichnen. Wenn ich das jetzt so mache, dann sehen wir jetzt Folgendes. Und zwar, der EAA arbeitet gerade mit der Magic-Nummer 0. Ich kann das auch nochmal zeigen im Tester. Hier die Eingaben, da ist Magic-Nummer 0 hinterlegt. Und jetzt wird aber eine Position mit der Magic-Nummer 1 eröffnet gleich. Also ich simuliere das mal einmal. Wenn ich den hier starte, wird direkt am Anfang diese Order jetzt eröffnet, weil ich das in den Programmcode geschrieben habe im Tester. Und hier sieht man jetzt auch sehr schön, der SL von dieser Order wird nicht angepasst. Liegt einfach daran, weil, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Tester anzeigen lassen kann, wenn ich hier mal so drüber fahre. Doch, genau. Man sieht hier Testtrade, das ist der Kommentar dieser Order. Und in Klammern steht diese kleine 1. Das bedeutet, dass das die Magic-Nummer 1 ist. Wenn ich jetzt hergehe und hier sage, ich möchte alle Trades mit der Magic-Nummer 1 verwalten, dann sollte jetzt hier dementsprechend auch der SL für diese Order gesetzt werden. Schauen wir mal, wenn wir jetzt hier mal ein paar Ticks abwarten. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Auf jeden Fall hat er irgendwie eine Order angepasst. Ich mache das mal nochmal einmal, damit das vielleicht ein bisschen langsamer verfolgt werden kann. So, genau. Hier kommt er jetzt rein und passt diese Order auch an. Und genau, man sieht es hier, sobald der Supertrend halt quasi in der Lage ist, den SL zu verwalten, macht er das auch und dann würde er hier das Ganze anpassen. Hier kommen jetzt noch ein paar Order-Modify-Errors. Das liegt daran, weil wir hier noch prüfen könnten, ob der neue SL größer ist, ne Quatsch, kleiner ist als der aktuelle Bit-Kurs. Und bei dem Short-Szenario müssen wir prüfen, ob der neue SL größer ist als der aktuelle Ask-Kurs. In dem Fall sollten diese Fehlermeldungen auch verschwinden. Genau, man kann da immer nochmal ein paar Sachen verfeinern, aber so ist der EA auch schon voll funktionstüchtig. Und man kann jetzt so quasi auch testen, wie verschiedene Trading-Stops sich auswirken. Genau, man kann hier halt einfach hinterlegen, ob eine Kauf- oder eine Verkaufsorder gesetzt werden soll am Anfang. Hier könnte jetzt OP-Sell ausstehen. Und dann kann man jetzt zum Beispiel das Ganze mit einer Sell-Order mal testen. Du siehst jetzt hier, wo diese Sell-Order gesetzt werden am Anfang. Ja, und auch die wird dann ausgestoppt irgendwann über den Trading-Stop. Was man jetzt hier natürlich nicht machen kann, also könnte man schon, dass man irgendwie sagt, man möchte jeden Tag einen Trade eröffnen oder so. Aber dafür muss man dann noch weitere Sachen anpassen. Am einfachsten, wenn du gezielt Trades simulieren möchtest, ist es, wenn du zum Beispiel schreibst in der On-Tick-Funktion, wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnen möchtest, kannst du es so prüfen, indem du sagst, if Time Current ist größer als String to Time, und dann könntest du jetzt hier irgendeine Zeit angeben, zum Beispiel sagen wir mal hier 2020 05 08 um 10.43 Uhr oder so. Könnten wir das so machen, dann wird er hier eine Order setzen. Und wir möchten das Ganze natürlich nur einmal machen. Deswegen müssten wir das hier so machen, oder könnten es so machen, dass wir hier einfach das Order-Ticket in einer Variable speichern. Und wir prüfen dann, ob bisher noch keine Order eröffnet wurde. So, in diesem Fall würde er jetzt 2020 am 08.05 um 10.43 Uhr eine Order setzen. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwas falsch gemacht habe, warten wir mal kurz ab. Und lassen wir den mal durchlaufen. Ups, war das ganz schön schnell. Aber wir sehen jetzt hier auch in den Ergebnissen, er hat jetzt hier am 08.05 um 10.43 Uhr eine entsprechende Sell-Order gesetzt. Also so kannst du diesen EA zum Beispiel auch im Tester nutzen. Kannst ganz gezielt hier über diese paar Zeilen zu einem Zeitpunkt eine Order eröffnen, entweder in einem Buy- oder in einem Sell-Order. Ja, spiel da einfach mal ein bisschen mit rum. Und dann kannst du natürlich ganz viele verschiedene Trailing-Stops testen. Ist, denke ich mal, relativ einfach, hoffentlich auch für Einsteiger zu verstehen. Wenn du ein bisschen mehr von diesen Hintergründen der Programmierung verstehen möchtest, check auf jeden Fall die anderen Tutorials ab auf diesen Kanal, wo ich solche Sachen wie Variablen und so weiter und Kontrollstrukturen viel ausführlicher erkläre. Hier wollte ich jetzt halt wirklich nur auf den Trading-Stop eingehen. Wenn du generell Interesse an der Programmierung hast, geh mal auf www.bm-trading.de. Schau dir oben den Punkt Ausbildung an. Da hast du wirklich ein Komplettpaket für die Programmierung im Metatrader 4 oder im Metatrader 5. Und das ist super, falls du die Sache halt ein bisschen ernster angehen möchtest und deine eigenen Strategien automatisiert laufen lassen möchtest. Ansonsten hoffe ich auch, dass ich die Frage hier halbwegs vernünftig beantworten konnte und dass du das verstanden hast und jetzt auch im Tester mit diesem EA arbeiten kannst. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.